In einer Zeit, in der weltweit Werte wie Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Solidarität vielerorts unter Druck geraten, sollten wir uns bewusst machen, welchen unschätzbaren Wert demokratische Wahlen haben. Auch ein Blick in die Geschichte Deutschlands erinnert uns daran, wie kostbar unsere Demokratie ist und dass sie nicht als selbstverständlich gegeben anzusehen ist. Wir haben im Hessischen Landtag erneut in diesen vergangenen drei Tagen intensiv miteinander diskutiert, so wie es das Wesensmerkmal einer lebendigen Demokratie ist. Sie, die Bürgerinnen und Bürger, entscheiden nun mit Ihrer Stimme bei der Landtagswahl am 8. Oktober über die Zusammensetzung des 21. Hessischen Landtages und bestimmen damit die Politik in unserem Bundesland mit. Im Namen aller Abgeordneten des Landtags bitte ich Sie, gehen Sie am 8. Oktober wählen und nutzen Sie Ihre Stimme.